So, Hallöchen, diesmal aus der Runde raus und Pasi ist auch mit dabei und ja Jo Ähm, hatten bis eben noch ein paar Probleme, deswegen starten wir mal in der Runde, aber ist bisher eh nicht viel passiert, also Wie immer sind wir beide schlecht und, also ich natürlich nicht ganz so schlecht, aber Da So, ich glaub übrigens das ist da der Freund, den ich mitnehmen soll Alter, fick dich, ich will dich haben Real Zack, sehr schön Gibt's doch nicht Wer bist du eigentlich, bist du ähm, nachdem ist der okay Ich bin der Der mit dem Knick im Hut, der bist du Genau Sehr schön Genau, ich hab, ich hab nen Knick im Hut Ähm Alter, ist der fett Was, der Zylindertyp, der kommt hier nicht mal vernünftig hoch Zack, jetzt hab ich nen So, nen einfacher Kill, aber Mist, gut, jetzt froh dich auch Du hast ja Ey, du bist Zweiter Wow Ja Ah, du hast mich auch grad gemacht, oh Ähm Naja, ja, ach das hast du, ach das hast du Das war ich, ich bin ja der fette Zylindertyp Achso, okay Und ich hab schon wieder hier den, den ähm, General oder was das ist auf der, auf der, ähm, auf der Schippe Und Inkognito Kill Sehr schön, 1-3 Und, alter, das ist ja mal ne geile Runde Und ich wurde immer wieder von dir gemacht, sehr schön, danke, danke, vielen Dank Ja, ja, bitte, bitte Danke, danke, weiter so, danke Hm Muss aber auch immer den gleichen machen Kann sein, dass du immer mich machen musst Nö, nö Achso, diesmal musste andere mich halt machen Ey, ich glaub ich hatte noch keinen Kill, nachdem ich nicht gekillt wurde Ich muss dich auch grad machen Ach man Ich möchte mal dich machen müssen Machen müssen Machen, machen müssen Ich muss machen müssen Ja, müssen müssen Machen Ach man Eckerlich Ah, sehr schön 2000, nice Und das war natürlich klar, alter, leck mich Alter, der reißt mir über die ganzen Eigengeweide raus Leck mich doch Ach, ich trink mal kurz nen Schluck Ach nee, ich trink nix Ich bin noch viel zu faul zum Trinken Bist aber auch echt nicht schlecht, du bist schon besser geworden Ja, find ich, find ich auch Aber so, ich hab halt 2000 und du 950, ja, daran kannst du noch arbeiten Bisschen Bisschen inkognitoriatischer sein Bisschen inkognitoriatischer sein Falls es das Wort gibt Ah, du Opfer Hab ich k.o. geschlagen, falls du das bemerkt hast Alter, leck mich Alter, leck mich Ach man Als ob, wie viel hast du grad mit 1 Kill gemacht? Äh, ich hab grad Bei 400, glaub ich Oh, ach so, wenn's mehr nicht ist Die Leid ist getötet Ich werd grad von einen verfolgt Ich auch Und weißt du, von wem du verfolgt wirst? Hm Ja, der taunt hier grad vor mir rum Mal gucken Haha, Opfer Ach, schade Ah, jetzt hab ich ihn gefunden Ne, ich mach'n so Santa Claus ist Carmen Ich bin dort, glaub ich, das zweite Mal gestorben Sehr schön Verdient würd ich ja mal sagen Ähm Mhm Oh, du bist zweiter übrigens Ich bin erster Sollte noch ein spannendes Gefecht Das bist ja du Alter, als ob du mich machen musstest Och man, los, ehrenhafter Tod Ich hab dich, ich, ich musste dich schon immer machen, Alter Das ist voll schlimm Ja Ja Hintereinander weg Scheiße Aber es ist diesmal ne sehr, sehr spannende Runde 300 brauchst du noch, dann sind wir gleich auf Na, ist ja mal gut So So Wird grad von zwei verfolgt und du gehörst doch garantiert wieder dazu, oder? Ja Na klar gehörst du dazu Alter, den hab ich dir geschenkt, den hab ich dir geschenkt auf jeden Fall Naja, scheiß drauf Och man Muss dich so oft machen, Alter Das ist krass Das ist krass Und wem muss ich hier machen? Irgendjemand, der die ganze Zeit sich versteckt, oder? Oder ich da oben rumrennt und einfach, der haut nur ab, weißt du? Der ist wohl bestimmt letzter, oder? Ja, der ist wohl letzter Der rennt nur oben rum Der rennt nur oben rum Der ist richtig nervig, der Typ Ja Na mein Freund, haha Als ob Ich wollt den grade machen Und dann macht der mich Und dann macht der mich natürlich Ja, und damit bin ich jetzt nicht mehr erster Jetzt muss ich aufholen Wie viel Zeit ist denn noch? Äh, zwei Minuten so noch Okay, zwei Minuten nach, ähm Ah, verdammt Oh, nice, liegt in Führung Echt, ist echt knapp grade oben rum Ist echt eng oben rum Immerhin 200 Abstand Mhm Heißt, jeder Kill kann hier grad entscheidend sein Ich hoffe ich krieg dich endlich mal Schon wieder den Ja, und der muss doch garantiert mich machen, oder? Alter, ne puh Nein, leck mich, leck mich, hau ab Och man Ich wollte dich grade holen Ist so, ich hab's mir schon gedacht und dann Alter, wär ich doch nur gerannt Alter, jetzt ist der natürlich erster Ist natürlich klar Ja Jetzt muss ich natürlich ein Ultrakill machen Sonst wird das ja nix Ah Alter, scheiß drauf Was, ich bin dritter Was, dann bin ich ja vierter Ja, bist du auch Ah, toll Ich bin immer noch dritter Los, jetzt gib mir schnell ein Was ist jetzt grade? Das Fragezeichen Hau ab Und ich klare dich wieder den bekomme Leck mich Ja, du hast mich wahrscheinlich, oder? Ne, hast du nicht, puh Ähm Hattest du mich auf dem Radar? Ja, ja Was, ich, ah, dadurch bin ich zweiter, danke sehr Ähm Auftrag verloren Scheiße, Auftrag verloren Los, jetzt gib mir noch einen Auftrag Dann kann ich noch erster werden Aber ne, okay, erster wird nicht mehr Los, gib her Lass mich doch den machen Lass mich doch noch schnell machen Jetzt krieg ich keinen neuen Auftrag Ich krieg's kotzen Ja, das dauert immer sehr lange, ja Jetzt, jetzt, oh man Ich bin zweiter nur Ah, ich bin vierter Haha, Opfer Jetzt waren wir aufs Treppchen gekommen Lass mal noch ne Runde machen Und dann kommst du vielleicht mal aufs Treppchen Ich war da schon aufs Treppchen Ach, stimmt, du warst schon Änste Runde vielleicht mal für beide Erster, Zweiter Vielleicht auch Erster, Erster Natürlich auch meine Erster Erster, Erster, ja Erster, Erster Noch einen dazu, der auch Erster ist Das wär natürlich mega nice Ach man Wollen wir gleich mal gucken Für welche Map wir abstimmen Ja Vielleicht mal Feinde, die wir noch nicht so oft gesehen haben Ich hab tatsächlich jetzt Level 11 erreicht Fast Level 12 Ja, krass Ich bin, oh ich bin Level 7 Ähm Lass mal Virginia, ähm Plantage nehmen Virginia Plantage Ja, die nehmen wir mal Die haben wir nachher auch nicht So Ach man, mhm So, mhm Darf ich jetzt mal meinen Charakter auswählen Und Virginia Plantage Das sind wir Ich bin immer nur 2 ab Das sind wir Ach man Ähm Manchmal nehmen wir den ich noch nicht so oft genommen habe Weiß nicht Ich nehm mal den hier Sehr schön Kann sein, dass du raus bist aus der Runde Nö Boah, stehst du ja nicht mal drin in der Liste Nö Hm Schick mal noch ne Anfrage Ja, hab schon Ja, wir sind grad in der Runde drin Wir beide? Nö 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 Ah, ich schon Denn anscheinend ja nicht wir beide Ähm Ja, ich nicht Es nervt ja, dass es nicht funktioniert Ja Alter Alter Okay, ich lad dich gleich ein, ich mach nur noch schnell meinen Kill Ähm Warte hier, zack, hab dich Hast du eine Einladung bekommen? Hast du eine Einladung bekommen? Ja Dann Komm mal rein, schnell Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten Ja Sehr schön Ja, hast ja sogar noch ne Chance Bin ja der Einzige mit 400 Hahaha So Das flackert ja manchmal ein bisschen Ja, komisch Auf die Map bastt ein bisschen Bei dir auch? Ja, ja, ja Dann liegt's an der Map tatsächlich nicht an mir Das ist ja schon mal beruhigend Das ist ja du Ne Ist ne andere Ne, ich spiel noch gar nicht Ah, ich spiel's noch nicht Fläte ist bei dir noch Aber jetzt spiel ich Jetzt spiel ich Jetzt spiel ich Bin immer noch der Einzige mit 600 Punkten Ach Mensch So einfach kann sie mich in die reinlegen Das Bild flackern ist grad tatsächlich sehr sehr nervig Wo steh ich ja gar nicht Warum denn das? Warum flackert es denn? I don't understand this Och ne, oder? In aber erster Erfreulicherweise Mit Abstand Du bist Letzter Ah, ich bin Ich bin fünfter Sag nicht letzter Sag fünfter Das klingt besser Fünfter von Rein theoretisch Eventuell 8 seienden Bist du das hier? Ich weiß es nicht Aber der hat mir grad Meinen Kill weggenommen Der Arsch Aber ich hab nochmal richtig schön getreten Hab dafür 50 bekommen Wie, wie kann man treten? Einfach wenn er am Boden liegt nochmal nachtreten Ich hatte Warum hatte ich noch nicht mal neuen? Weißt du Warum kriegt der mich schon wieder? Alter Der hatte vor mir seinen neuen Auftrag Obwohl wir gleichzeitig hätten Eigentlich einen neuen bekommen müssen Ist ja mal mega ätzend Ach man Ach man Ach man Erster mit so einer Scheiße Weißt du Erster mit so einer Scheiße Krieg's kotzen Okay Das Bild flackern Hört einfach nicht auf Ich hab' 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 Oder dir Hey Ich hab' 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 Ach man Schön Eier tritt Zak weg Ja gut war klar Alter Scheiße 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 Tut mir übrigens leid hier fürs flackern aber Ich kann ja auch nix dafür Hm So Du bist tatsächlich diesmal nicht letzter Ich weiß gar nicht Wie wenig Kills machst du denn? Ja ich 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 bin die ganze Zeit kein Es ist gerade nicht meine Runde hier Naja wenn es doch nur die Runde wäre Ja gut ich werde hier nebenbei wahrscheinlich von hinten gemacht Ja Natürlich mal wieder klar Und ich kann mich einfach nicht wehren Warum kann man sich nicht wehren? So jetzt mal probieren wie das hier funktioniert mit Ich würde gerne mal ein anderer Charakter kurzzeitig sein Wer hast du aber an das? Ah ne Scheiße Gibt's doch nicht Hm Gut ich krieg derzeit immer den gleichen irgendwie Zack Fick dich Och man und der hat mich in der Zeit Alter ist das unfair Ach ich wurde nur betäubt Ach scheiße Ist mir nicht mehr erster Oh Das ist echt nicht schön Ach man Kann doch nicht sein Na mein Freund Alles fit im Schritt Ja jetzt nicht mehr ne Ach und jetzt ist mir gar kein cooler Spruch eingefallen Gibt's doch nicht Na Mäuschen Alles fit im Schritt Der wär's gewesen Der wär's gewesen Ach man Los Fick ihn doch Ja Geil So mit 100 Punkten Vorsprung erster Das ist schon wieder knapp hier Ja klar War natürlich klar Und jetzt bin ich auch schon Äh jetzt gibt's zwei erste Plätze Ist natürlich ähm Knapp jetzt Ungünstig Naja ungünstig nicht Aber aber ähm Halt jeder Kill kann alles verändern Lass mich raten Du hast mich gerade Weswegen du mir hinterher rennst Ne ich hab grad gar keinen Ich hab schon seit noch eine Minute keinen Oh rennst mir trotzdem dem nicht hinterher Lass das bitte Geh wir anders lang Ja leck mich doch Ich dachte Ich dachte du rennst jetzt auf mich zu Ne ich hab dich ja gar nicht Hä wo ist denn der jetzt Den ich hier will Er versteckt sich aber gut Ich hab da immer noch zwei erste Noch 30 Sekunden Noch 30 Sekunden Ja ja nicht so frech Ach verdammt 8 Sekunden Und Zack Erster Nice Da hab ich doch echt noch einen ersten rausgeholt Nein Oh alter Während erster Aber der Kill glaube ich nicht mehr Ja ich hoffe Alter Aber wieso Du kriegst ja keine Minuspunkte Ne ne ich mein nur weil Weil nachdem Ich getötet habe Hat mich noch einer getötet Da ist die Zeit aber zum Glucion abgelaufen Ah erster Hast du Hast du verdient Ja natürlich hab ich das verdient Den hat ich mir an Ja den hab ich öfters gemacht Und du hast auch zwei Sachen Der Überlebende Am seltensten gestorben bist du Der Experte Am schlechtesten hier spielt Also beziehungsweise am meisten Versuch Ach man Gut Ich würd sagen Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis denne Haut rein Ciao Tschüssi